Und weiter geht es mit Pokémon. Dieser epischen Musik. Ja, es wird, diese Musik ist wertig genug für uns. Okay. Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Das Team Rocket finanziert mit Puppen und seine finsternen Pläne. Ich bin hier der Boss, Giovanni. Hey, mach dich bereit, Heldenquan zu erleiden. Nicht. Naja, er heißt nicht Giovanni, sondern er heißt Boss. Henry Boss. Ja. Okay, ich denke, dass wir von ihm hereingerufen. Ja. Naja, Puppeter. Finde ich gar nicht so eine schlechte Wahl, obwohl das nicht gewollt war. Also, Schaufler sollte schon vielleicht die Hälfte abziehen. Hoffentlich mal. Puppeter gäbe sich ein. Stahlaustitz-Finale. Okay. Das war ein Fail. Das war geil. Okay, wartet mal. Turtel. Nein. Das lassen wir so. 100%. Das war geil von ihm. Richtig geil. Mobilika. Oh, und jetzt kriegst du den Milika noch einen Hit dazu. Das war richtig geil von ihm. Und wir haben noch gar keinen Stäufer einstecken müssen. Okay. Zimilkastor hat Überreste. Wahrscheinlich die meisten Pokémon von ihm. Was setzen wir denn schönes ein? Wie wär's mit dem Steinhagel? Okay, Rückkehr. So muss nicht so viel Schaden ermöglichen. Dann mach das auch nicht wirklich. Und ein Steinhagel obendrauf. Oh. Nein, das reicht nicht. Da machen wir vielleicht... Ähm, vor allem ein Kreideschrei. Oh, scheiße. Das ist doch keine Akku-Wille. Autsch. Wie wär's? Nein, das ist keine Akku-Wille. Scheiße. Jetzt hätte ich einen Sonntag aufgebot... Sonntag gemacht. Ähm, wie wär's einfach mit Skarbon... Mit... Schwertanz. Zweimal. Ja. Dann dürfte Skarbon noch die restlichen Pokémon locker packen. Ich könnte gleich mit Durchbruch da. Ich könnte gleich im Moment mit Durchbruch angreifen. Ähm, ja, das könnte ich machen, aber ich hab's nicht gemacht. Das war das so. Oh, ja. Und ein bisschen schneller, dass es da auch einfach viel zu lange sind. Hm, 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 hm. Perde. Äh, äh, wo ist... Oh, ich hab' die Fockmann-Flüse. Oh, hab' ich sie? Äh, nein, noch nicht. Oh, super. Oh, super. Oh, aufbekommen. Da sind... Da ist es ja... Da blitz... Autsch. Okay, doch nicht wirklich. Schwertanz. Gut gemacht. Äh, ja, noch ein Schwertanz und dann ist die Sache auch geritzt. Hm, hm. 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 Mensch, hm. Oh, das war noch lange und das war eigentlich alles uninteressant. Okay, jetzt setzen wir rück, ist das Rückquiera, aber das ziehen sich dann noch weniger ab. Und wir setzen durch ein, um... BAM, das ist besiegt! Ja, das war irgendwie klar, aber sehr effektiv, plus, äh, dreimal Schwertanz plus, geile an, Vince Garaborn gleich, äh, fünf Bandecourt, lecker. Mhm. Ein Kramu-Muchs. Oh, Aurelis. Hm. Ich bin ja schneller. ich hoffe es könnte es leicht besiegt werden ich will sie noch einfach ins spät ich weiß gar nicht mal kampf gegen unlichtflug vor allem mal horn auf dicke ja es geht daneben hypnose hälfte besiegt sein ja klar ja und locker besiegt kongamon ja wenn wir auch drin das dürfte auch unser kill sein er hat auch ein kill sein er und durchbruch die legato zum auch nicht sein dann wird die legato immer von glauben warum leck das jetzt so das auf neuen umgestellt jetzt ist schon besser können wir mal für deinen kopie auf die kürzgut okay wir sitzen durchbrein und das ist ein knock-out wir haben den boss besiegt super nein ich habe kläger versagt kris gewinnt 50 5000 pokémon offensichtlich trainierst du deine pokémon sehr sorgfältig trotzdem wirst du meine ziele und bewegkunde nie verstehen diesmal habe ich dieses mal lasse ich dich noch von den von dann entziehen ja okay doch wir werden uns wieder sehen scharf schauen dass der meiste war okay doch nicht so dings bums hier erhalten jetzt können wir dass man ok das ist ein wenig du wir haben es hat selbst sich ein bernix gegeben was war das auch gold herr schlug 100 knockout und wo kriegen wir den ep teller ist wenn man eine gute frage werde mich interessieren und es gibt nie schönes und pokémon drüber da kannst du ein bild auf deine pokémon auf der rückseite als trainer passt druck ist für nur 50 möchtest du es ausprobieren ja wir wollen das mal ausprobieren in rosa blitz und ja wie sieht das jetzt aus wie putschig auch nehmen wir das andere ich wollte noch optionen text tempo auf 3 so jetzt gehen wir ins pokémon center und was machen wir dann denn dann dann das war ein leck ja das war ein leck das war irgendwie wirklich draug oder draug und ihr zu nehmen nein wir werden jetzt erst denke ich erstmal noch einmal die arena probieren das muss doch irgendwie zu schaffen sein und ich brauche erst mal wieder ein paar erfahrungen denn das war lange her wo ich wo ich das gemacht auch von einem haben den zwei zwanzigsten fahrt aus der trend und die debattung zu einem monat herziger wenn ohne sex zu spielen das war doch das ist doch noch machbaren bereich und wenn nicht sehen wir speichern wir einfach trainieren wir einfach mal natürlich das war's ja ich würde ohnehin nicht feiern oder sowas in der art okay sagen wir peter und magma vorne magma hört sich gut an in den kundigen den 0 ist besiegen fährst noch wo wir es nicht erst ab kommkommt nur die würde sagen okay ok 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 ja aber ich habe irgendwie in erinnerung dass ich da schon mal besiegt habe kann das sein ich hoffe jetzt einfach mal dass ich wieder koko bei den goles besiegt ich hoffe es ist einfach mal explosion ok weil er hat eigentlich knüttel luft und selbstmaske aber nein das kann da kann ich nicht falsch machen oder ja das ist eine gute entscheidung denke ich mal ich habe ein und ich werde uns ganz schön voll mussten können ja beide strecken zurück hahaha ja das war epic der ist ein halbschein hagel und schwertanz denn die sind so cool 8 ob es bei dir gesang kein problem wir sitzen einfach ein aufwecker ein ohr haben wir rein ob ich mal aufwecker wo willst du aufwecker 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 wir haben ich gefunden nein ließ und noch ein schwertanz und dann bei dir alle geschichte scheiße misst ich mir zuerst erzeugt für den parrhex sind eventuellen zuerst topias oder das könnten wir ziemlich ich bauen lichtschild ab und einmal durchbruch das sind die beste wahl knusselnlob ist besiegt und jana kein problem von uns können wir doch einstecken jetzt setze ich einfach mal ein super tank ein aufs gab da man sitzt von tucker auf die allein sie ist jetzt ist so ein ok 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 jetzt ist ich mache ich nun nicht schild jetzt könnten mir sogar noch packen muss genau überlegen ok 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 was machbar ist ist es mit aqua line besiegt stimmen sind einfach so an ist jetzt ein besiegt nein das wird knapp das wird knapp leute haben wir ein belieber haben wir ein belieber besiegt 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 nein panzer ja super mit besiegen ja makargo war das richtig ausgesprochen jetzt bitte beleber lieber lieber vor scheiße nein 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 ich werde dann jetzt das noch schutzschild nach setzen wir auch hoher strahlen und ich könnte ja auch genau bitte wusste ich noch mal das könnte unsere schon sein für den gewinn wir haben ja wir haben kohlen bitte wirst du schlaf gepackt jetzt leute ich muss meine jahre eingestehen deine stärke ist beachtlich ich will ich übergebe dir den fahrern das gewinnt sich das bock oder ja diese sind berechtigt hey sich zags entwickelt okay uninteressant dass wir jetzt ein gerdachs bekommen aber eigentlich ganz cool erfahrbar ist denn lässt man bis 50 sein wer für ihn kommen folgen außerdem können deine pokémon nur stärker außerhalb von kämpfen nach scherztoff ich muss jetzt wenn Park bänden ja viel gepackt wir haben wir haben die boss besiegt auch ihnen diese trend oder besiegt wenn sie in zum nächsten mal leute und bestelle leute bis dann und ja tschau und so ne yo